Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight, den mach ich jetzt mal weiter. So, ich bin jetzt das letzte mal hier leider gestorben. Blöder, blöder Weise. Nachdem wir, glaube ich, drei ausgeschaltet haben. Aber sollte mir jetzt, glaube ich, nicht mehr passieren. Es hat also begonnen. Sie können zu uns. In Teil lebe ich am meisten. Leute, einfach überrumpeln. Helis kommt vom Horizont angedüstet und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen? Fühl mich nicht allzu gut. Er ist ja Blacht. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik. Hormut versuche, nicht zu kotzen. Die ganzen neuen Becken könnte auf dem Wink hier sein. Vielleicht haben wir etwas Spaß und wir sind es die Umregen. Oh, wie komme ich denn jetzt wieder rein? Endlich los mit Phase 2. Ich habe mich gemeldet, um Leute zu töten. Ich hoffe, ich in B-Fabrik zu machen. So. Sehr gut. Einer ist down. Okay, jetzt mach... äh nein! Was machst du denn? Was machen wir, wenn wir auf einen Arbeiter treffen? Kommt drauf an. Lass sie leben, wenn wir den Ausweis brauchen. Wenn nicht, knall die Nacken. Sie wissen, töten ist nicht gerade mein Ding. Komm damit klar. Sie würden dir danken, wir müssen was Capro vorhat. Was mache ich mit ihm denn jetzt? Ich glaube, die beiden... Ach man, du gehst in die völlig falsche Richtung, Bruder. Der Knight hat uns beigebracht, wie er denkt. Damit wird Batman nicht rechnen. Seid ihr euch da sicher, Jungs? Zu euch beiden bekomme ich locker da weg, aber ihn bekomme ich nicht so schnell weg. Der Plan muss von dem Genie sein. Glaub's einfach nicht, wie sie den Köder geschluckt und die Stadt evakuiert haben. Ja, ich könnte ihn jetzt natürlich doppelt ausschalten, aber ich habe jetzt gerade... ...was anderes vor und was anderes im Sinn. Ich würde ihn erstmal ausschalten, aber ganz rechts. Das machen wir schon. Die Frage ist, in welche Richtung geht er denn jetzt? Ich hoffe fast, dass Batman auftaucht und wir endlich was zu tun haben. Ist einmal besser, als im Regen zu warten. Okay. Ruhh, ruhh, ruhh! Ruhh, ruhh! Ruhh, ruhh! So, komm ich jetzt irgendwie wieder ins Kid da rein, irgendwie? Wisst ihr das, Leute? Na, okay, wir machen noch was anderes. Nochmal da hoch. Dann nochmal, ich weiß nicht, ich gehe jetzt immer den sicheren Weg. Der für mich todsicher ist. So. Dann nochmal übers Kid da da rein und dann war's das. Nein! Sehr schön. Die Fledermaus kommt! Seid bereit! Denkt ihr, er ist bereit gegen eine Armee anzutreten? Die Panzer machen die Plan, bevor wir nur einen Schuss abfeuern. Hast du überhaupt zugehört, was der Knight gesagt? Ah! Hast du überhaupt eine Ahnung, was er gesagt hat? Ich sollte zuerst das Gebiet sichern. Haben wir doch schon, oder? Ich kann auf das Terminal zugreifen. Yep, das machen wir jetzt auch. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv. Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem BAT-Scanner finden. Okay. Ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Joa, es passiert schon nicht. Wupp! Oh na, wupp! Nein! Nein! Oh! Nein! Hast du Angst vor mir? Fehl der Maus! Komm runter! Nein, nein, ich bleibe hier oben. Perfekt. Ich kann den BAT-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Perfekt. Ich kann den BAT-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich möchte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als werdet ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Okay, wo sind die Arbeiter dann? Okay, ich muss noch ein bisschen weiter drum herum. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden fünf ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Ah, das war diese scheiß Panzer, ne? Gut, gut, gut. Hm. Mit dreifach System und... Okay. Kann ich die Panzer nicht irgendwie ausschalten? Irgendwie, keine Ahnung... Komplett deaktivieren? Das war jetzt ein bisschen zu weit. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Menschliche Präsenz sehe ich hier gerade gar nicht. Okay. Ich frage mich, wie hole ich die denn? Oh, da vorne läuft doch eine menschliche Präsenz. Oder sehe ich das falsch? Da ist ein Gitter. Das Gitter hilft mir doch nicht, oder? Ich muss erstmal was probieren. Ich muss erstmal gucken, wie das hier läuft. Oh, 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 oh. Komm ich da nicht hoch? Ah, jetzt hab ich mir hier selbst gerade festgegangen. Scheiße. Okay. Zuerst muss ich die Anlage erkunden. Lass mich nochmal da hoch. Lass wir kurz zum höchsten Punkt hier gehen. Dann nochmal da hoch. Das Problem ist die Panzer stehen alle in so einer Reihenfolge. Was ist denn das da rechts von mir? Ist das irgendwelche Computer? Was ist das genau? Okay, also nur Behälter. Ah, diese ganzen Panzer nerven mich grad extrem. Das sind alles nur Panzer ne? Hm, okay. Da war ich nicht in dein Sichtfeld geraten. Wobei, jetzt bin ich hier fest. Das ist wieder weg. Oh, der ist das glaub ich hier ne? Ist das so? Ah, ja. Kein Gitter da irgendwie rein zu kommen, oder? So ein Erraschungs-Move. Wie viel sind da drin? Eins. Ist da ein Panzer drin? Ne, ne, ist auch keiner. Sind die bewaffnet? Okay, Leute. Ich würd mal sagen. Oh, ist nichts. Kommt nichts. Ach so. Oh, ist das auch nicht? Oh, man, was ist das drin zu tun? Oh, man, was ist das drin? Oh, ist das drin? Oh, na, ich hab doch! Zumindest ist es ja eigentlich hier gebraucht, dass ich hier drin bin. Ah, ich habe erstmal einen Stufenanstieg, finde ich sehr gut. Stufenanstieg finde ich erstmal sehr, sehr positiv. So Batsuit-Verbesserung natürlich. Erhöht die Widerstand um 25, wieder um 50. Schockwellenangriff, kann ich sowieso nicht machen. Kugelsichere Panzerung. Das nehmen wir. Kann ich hier doch irgendwas machen eigentlich? Ne, ne? Es wäre geil, wenn ich die Panzer von hier aus ausschalten könnte. Aber wo ist jetzt die erste Wacht? 25, 24? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist mir schon klar. Wo bist du? Du, Explosiv-Gehe, Explosiv-Gehe, Explosiv-Gehe. Da. Ich muss einen Weg finden, das Gas abzudrehen. Es ist toxisch. Okay. Hier am PC irgendwo? An der Konsole? Kann ich hier nicht irgendwas irgendwie jetzt abstellen? Äh, okay, wie stehe ich das Ding hier nach? Hier? Ja. Würde mal sagen, gerade mit dem Batarang, oder? Mal kurz gucken. Ich sollte zuerst die Einrichtung erkunden. Dann kann ich zum Auto zurück. Wer hat denn gesagt, dass du zum Auto zurück sollst? Wo ist mein ferngesteuertes Ding jetzt? Ferngesteuert, ferngesteuert. Kann ich das Ding vielleicht so abdrehen? Zuerst muss ich die Anlage erkunden. Okay, das fährt irgendwie so hin. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das Ding jetzt ausbekomme. Ferngesteuert. Warte mal, warte mal, warte mal. Ey, wieso dreht sich das denn so krass gerade? Warte mal, jetzt ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Hier muss doch irgendwas sein. Alter, das Ding dreht sich aber auch krass gerade. Hä, wie kriege ich das Ding denn aus? Ich habe jetzt gerade noch gar keinen Plan, wie ich das Ding ausbekomme, ehrlich gesagt. Warning. Äh, puh. Leute, ich mache mal hier kurz ein Folgen, weil ich überlege mir kurz, wie ich das Ding ausbekomme. Ich habe gerade, ehrlich gesagt, noch gar keine Ahnung. Bis dahin, haut rein. Und tschüss. Ich habe jetzt єelijk einauss gívanor. Danke, dass ich da damit nicht wiederumo'den bin. Oh, wie va, ja. Weil ich mir mal, wie ich, ober manypin sind. Und ich wenn du mir nicht mehr mal wys kunnen gelести. Ich sehe sie.